Musik So liebe Watch Berlin Zuschauer, ich habe mir heute einen Tag freigenommen und wollte mal hier in den Trittor-Park rennen. Hier ist es recht ruhig, es sind kaum Läusen da, man hat wirklich seine Ruhe, raus aus der Stadt, rein in den Park, weg vom Lärm. Ja, das Rand hat mich ganz schön lustig gemacht, ich gucke jetzt mal, wo ich hier was zu trinken kriege. Maltenjagd. Sieht da schon ganz gut aus. Übrigens, ich bin immer noch im Trittor-Park und man hat hier einfach nicht nur Wald, sondern man hat hier auch sofort Wasser. Und so ein kleines Pier, wo man lang planieren kann und sich die Boote anschauen kann. Das ist einfach herrlich, man ist mitten in der Stadt und trotzdem im Grün. Nichtsdestotrotz gucke ich jetzt mal weiter. Musik So, ich bin jetzt hier am Lausitzer Platz vor der Eiswürde Tanne B. Und das ist echt meine Lieblings-Eis-Zitier, denn die haben ganz besondere Sorten und die haben auch Eis für Veganer und auch Eis aus Sojaprodukten. Das ist super lecker hier und Sonnenschein und ich lasse mir das Eis jetzt mal schmecken. Musik Wenn man diese alte Ruine sieht, wird man es nicht glauben, aber hier befindet sich eine super coole Strandbar, das Kiki Blofeld. Und da gehe ich jetzt mal rein. So und jetzt zeige ich euch mal meine Lieblingsplätze. So, mein Urlaubstag geht zu Ende. Ich werde hier noch ein bisschen bleiben, denn das Bier schmeckt gut und es ist mit schöner Aussicht. Ich habe so viel erlebt, ich habe im Tropfer Park, habe wunderbare Tiere gesehen und das mitten in der Großstadt. Und dann auch dieses tolle Eis da am Lausitzer Platz. Also man kann so einen Tag hier richtig gut genießen. Musik Musik Musik